3, 2, 1... Abfahrt! Äh, passiert nix. Du musst den Connector abmachen. Achso. Äh, will mich Melfi auf den Mond schießen. Melfi hat Spaß. Ja. Oh, den wird er haben. Eigentlich muss sie hier bis zu diesem Conveyor abbauen, hier. Melfi. Achso, jetzt. Das, das und das. Noch nicht, noch nicht. Okay, gut. Ja, ist egal. Mach weg. So, gut. Hey. So, ich flieg mal hoch hin. Okay, ist wohl isoliert. Chip, ich glaube... Warte, ich hab... Funktioniert alles jetzt, ja? So, ich stell mich jetzt hier hin. Oh, der fliegt ja schon los, oder was? Bist du? Ja. Okay, Melfi. Es hat echt Spaß gemacht mit dir. Ja, mach's gut, ja? Hm? Ich hoffe, das wird alles gut. Leider kann ich jetzt. So, mach's gut. Ja, tschau. Mach's gut. Guten Flug. Äh, war schön, dich kennengelernt zu haben. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Was ist das denn sonst? Boah! Warte, ich muss... Aber den Connector machst du selber ab, ne? Ja, ich bin so aufgerecht. Ach so, das ist hier unten... Pass auf, das ist hier unten noch verbunden. Verdammt! Ja, das muss man abmachen. Sag mal, ähm... Kann ich nicht von außen gucken? Ja, wenn ich ja anfahre. Nee. Ich schaff es. Ich überlebe es. Doch, jetzt. Oh, äh... Oh, okay. Ich hab mein Schiff, äh... Prima gebaut. Dankeschön Gott. So, sag, wenn du's abhast, hast du abhast. Oh, ich bin auf die Rechte. Ja. Okay. Was, da müssten an sein? Wir sind an, ja. Alle vier? Ja, den sehe ich nicht. Aber... Sieht gut aus. Oh, ich bin aufgerecht. Was muss ich jetzt nächstes machen? Null, Kammer. Ich... Ich seh schon... Ich seh schon... Das ist jetzt... Das dreht sich im Kreis so... Du... Du sprengst das Herz in die Kreis so aus. Oh ja. Oh Mann. Das dreht sich... Das dreht sich erst mal am Booster ab. Und in der Mitte die Rakete fällt drunter. Und das schlimmste wär... Ich steig ein Stückchen hoch. Und dann knall ich gegen... Knall ich gegen... Die... Die Station. Ja. Drei. Zwei. Eins. Abfahrt. Passiert nix. Du musst den Connector abmachen. Warte. Zwei. Zwei. Gephe. Zwei. Ja. Aber ich krieg kein Schuh. Weiß ich komm nicht weg. Bist du fett oder was? Schuh. Mein Lieber. Komm jetzt mal. Kein lostroh. Hahahaha 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 Melfi, kannst du mal gucken Ob der eventuell hier unten An dem großen Schwester, da siehts aus, als wenn der am Boden steht Wolltest du mal abmachen? Ja, ich schalte mal eine Hahahaha Hahahaha Du Arsch Da ist er weg Denn sonst wärst du noch nie hochgekommen Du hast einfach nur das Schwester abgebaut, Alter Hahahaha 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 Typisch Kaotenbrüder, meine Typisch Kaotenbrüder Das ist so geil Hahahaha 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 Ey, soll ich dir sagen, ich hab noch 77% Kein Kurs